So, einen schönen guten Tag meine lieben Freunde, einen Tag nach Tag der Deutschen Einheit und wir befinden uns heute im vierten Zeig mir ein Bild aus deinem letzten Shooting Review Und ja, da wir ja heute quasi das zehnte Zeig mir dein Bild feiern sozusagen, zeige ich heute auch zehn Bilder Es sind wieder unglaublich viele Bilder eingeschickt worden Und es ist mir diesmal wieder sehr, sehr schwer gefallen, mir Bilder rauszusuchen Aber ja, letzten Endes habe ich mich auf jeden Fall dann ja für die zehn Bilder entschieden Dementsprechend wird diese Folge wahrscheinlich auch ein bisschen länger gehen als die Vorgänger Als die letzten oder die ersten drei Vorgängervideos, weil da habe ich ja nur fünf Bilder vorgestellt Jetzt stelle ich auf jeden Fall zehn vor Und am Ende des Videos gibt es wieder eine kleine Hausaufgabe Aber wieso, weshalb, warum, das hört ihr dann auf jeden Fall später Geht auf jeden Fall um die nächste Aktion am kommenden Dienstag So, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr dieses Video jetzt gerade guckt Ich weiß nicht, ob ihr jetzt direkt um 13 Uhr guckt, wenn das Video online gegangen ist Oder später guckt, auf jeden Fall jetzt um 13 Uhr, wo das Video ja online gegangen ist Bin ich gerade auf dem Weg nach Wimshafen Weil ich da nämlich jetzt gleich ein Fotoshooting habe Und ein kleines Seminar gebe So, und das wird ganz cool Hoffe ich auf jeden Fall Die Leute, die sich da gemeldet haben, die sind alle sehr, sehr cool drauf Und hoch motiviert Dementsprechend denke ich, wird das schon ganz cool werden Ich mache das Ganze nicht alleine Sondern mit noch ein paar anderen Leuten zusammen Und ich bin auf jeden Fall gespannt Ey, das hört sich irgendwie total crazy an Weil eigentlich ist es jetzt ein paar Tage vorher So, und ein Tag Nachttag der Deutschen Einheit Dabei ist das erst übermorgen Und keine Ahnung Aber ist ja auch egal Auf jeden Fall, wie gesagt Wir fangen jetzt auf jeden Fall an mit dem Video Ich bitte euch auf jeden Fall darum Wenn euch dieses Video gefällt Liked das bitte, teilt das bitte Und zeigt euren Freunden Dass es so eine Aktion bei mir gibt Und dass die das auch sehen Und dann auch mitmachen können Und natürlich alle Beteiligten Die jetzt hier im Video erwähnt werden Geht da auch auf jeden Fall auch mal auf die Seiten Weil die Bilder, die da sonst so auf den Seiten rumlungern Sind echt sehr, 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 sehr gut Und ja, also dementsprechend Schaut auf jeden Fall auf den Seiten vorbei Und ja, auf meiner Seite natürlich auch Würde ich mich natürlich sehr freuen Wenn ihr da ein Like hinterlassen würdet Aber nichtsdestotrotz Lange Rede, kurzer Sinn Wir starten jetzt mit dem ersten Bild Und das ist dieses hier Ein super, 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 super hübsches Beauty-Portrait-Bild Ich will sogar sagen Es hat auch einen ganz krassen Oder sehr fashion-lastigen Eindruck Sage ich jetzt mal Wegen dem ganzen Schmuck Das Ringlicht in den Augen Ein sehr, sehr, sehr schönes Beauty-Make-up Gefällt mir super gut Das Model ist Lisa Marie Wie gesagt, Link gibt es sowohl in der YouTube-Beschreibung In der Videobeschreibung Als auch in der Facebook-Beschreibung Verlinkung Genau Model ist Lisa Marie Das Foto ist gemacht von Marjoli Photography Und Pepper von Highvest hat das Make-up vorgenommen Genau Also dieses Mal sogar drei Leute, die ich hier erwähne Wie gesagt, wenn ihr mir ein Bild einschickt Sagt mir bitte, wer alles daran beteiligt ist Und ich versuche, so gut wie alle da reinzunehmen Aber wie gesagt, ich kann da ja nicht Ewigkeiten suchen Auf jeden Fall, dieses Bild hat mir super, super gut gefallen Ist auch mit eins, glaube ich, der ersten Bilder gewesen Was eingeschickt wurde Aber hat sofort einen extrem bleibenden Eindruck hinterlassen Und gefällt mir super gut Ein super schönes Bild Würde ich persönlich Wenn ich jetzt sowohl das Model als auch der Fotograf Oder vielleicht auch Make-up-Artist wäre Würde ich mir das sogar aufhängen Also das ist ein super schönes Bild Gefällt mir mega gut Ringlicht sowieso Ist eine sehr feine Sache Wenn man es richtig einsetzt, sage ich jetzt mal Super gut Also vom Schmuck her Von den Klamotten her Also Kleidungsstil Nägel Da wurde echt an alles mögliche gedacht Dass das alles irgendwo einheitlich zusammenpasst Dementsprechend das erste Bild In diesem Review Und ich denke auch zu Recht Also wie gesagt Lisa Marie ist das Model Marjoli Photography Hat den fotografischen Part übernommen Und Pepper van Hyvest Hat das Make-up Vorgenommen Genau Gut Also super Bild Und wir kommen zum nächsten Bild Ja Ein sehr sehr cooles Bild Hat sehr viel Die Runde gemacht bei Facebook Also nicht nur deswegen Habe ich das Bild genommen Sondern weil ich auch sehr froh war Oder stolz war Dass dieses Bild Eingeschickt wurde bei mir Also dass die Person Wo ich das Bild schon tagelang Bei Facebook gesehen habe Und mir gedacht habe Boah krass alter Wie kann man so ein krasses Bild machen Aber das ist ja auch Genau der Sinn und Zweck des Ganzen Man muss Wirbel machen So ne Und nur wenn man Wirbel macht Kann man auch Ich sage jetzt mal Ruhm und Anerkennung Oder wie auch immer ernten Und deswegen auch zu Recht Heute in diesem Video Linda Grafie ist das Model Und das Foto hat gemacht Herr von Wallenstein Auch zwei sehr 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 coole Seiten Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen Und ja also Alleine schon die Idee von diesem Bild Fand ich sowas von Krass geil Weiß ich nicht So wie sie den Fisch da sich im Mund steckt Ne So und dann auch mit den anderen Fischen Es gibt jetzt bestimmt Leute die sagen Okay Ist das nicht ein bisschen too much Oder was denn los mit denen So aber dann sage ich mir Ey Das ist Kunst Das ist einfach nur Kunst Und ist doch egal ob die Fische echt sind Oder nicht Oder ob die Die Ob die Ob ein Stück von der Brustwarze raus guckt Oder weiß der Geiger was Es geht doch einfach nur ums Prinzip Ich weiß auch nicht was die amerikanische Flagge dahinter zu suchen Aber es ist Es zählt doch das Gesamtbild Und das ist einfach nur krass So und deswegen Ähm Auch zu Auf jeden Fall zurecht Mit in diesem Bild Ähm Mit in diesem Review drin Ein sehr sehr geiles Bild Würde ich mir auch aufhängen Also auf jeden Fall Weil das ist einfach nur nice Ne Also wenn Linda Grafie Oder Herr von Wallenstein Wenn ihr mir das als Poster schicken würdet Ich würde mir das auf jeden Fall aufhängen Weil das ist einfach nur geil Aber wenn dann würde ich das unterzeichnet haben Also super geil Echt Jo Kommen wir mal zum nächsten Bild erstmal Ähm Das ist ein sehr 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 schönes Bild Äh Ein Wie ich finde Sehr schönes Bild Was den Herbst einläutet Sag ich jetzt mal Ähm Ich war Oder bin mir nicht so ganz sicher Ob das jetzt ein 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 Composing ist Oder ob das eine Studio Also eine Studioaufnahme mit Composing ist Oder ob das tatsächlich eine Outdooraufnahme ist Gefällt mir aber auch So oder so auf jeden Fall sehr gut Weil es ist ein sehr schönes Herbstbild Ähm Die Haare passen zum Bild einfach Ähm von der Haarfarbe her Beziehungsweise das Model an sich Ähm Farbgestaltung ist sehr cool gemacht Wie ich finde Ähm dementsprechend eine sehr 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 coole Sache Das Model heißt übrigens Ähm Also Model 4 Dann das Foto gemacht hat Severin Pomsil Photography Und ähm Das äh Make-Up Äh Beziehungsweise Ja doch Make-Up Hat äh Rob Style Beauty Art gemacht Also wie ich empfinde eine sehr 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 feine Sache Sehr schönes Bild Ähm Auch ein Ja Das würde ich mir auf jeden Fall Wenn ich einen Laden hätte Würde ich mir das in Laden stellen Also beziehungsweise in Schaufenster Weil das repräsentiert echt nur Das würde ich Das ist echt so ein Saisonbild Weiß ich nicht Das kannst du echt nur Entweder kannst du es wirklich nur im Herbst machen Oder wenn du äh Die äh Die Nick Filter Collection hast Und du machst den Indian Summer Effekt rein Hast du natürlich auch stattgrüne Orangenblätter Aber das ist ja auch egal Es geht ja ums fertige Bild Wie das gemacht wurde und so weiter Ist ja völlig Wurst So also mir hat das Bild sehr sehr gut gefallen Dementsprechend ähm Auf jeden Fall Zurecht Mit in diesem Review Äh wie gesagt äh Model 4 Severin Pomsil Photography Und Rob Style Beauty Art Klasse Leistung Danke dass ihr mitgemacht habt Und auch an alle anderen Die ich jetzt schon erwähnt habe Und die ich noch erwähnen werde Ich würde mich natürlich auch sehr freuen Wenn ihr am kommenden Dienstag wieder mitmacht Weil äh Da wird es wieder gleich am Anschluss Unseres äh Videos Wird es natürlich noch Wie gesagt eine Hausaufgabe geben Aber wie gesagt Kommen wir später zu Klasse Bild Auf jeden Fall So Das nächste Bild ist von Miss Morgan Model Page Äh Eine sehr 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 Attraktive Liebe Nette Sympathische Dame Durfte ich auf einem Come Together Event In Hannover Kennenlernen Sehr sehr Super Model Ähm Das Bild gefällt mir aber Ähm Weil Einfach vom Äh Nicht weil ich sie persönlich kenne Oder so Sondern Vom Vom Gesamten her Gefällt mir das Das ist eine sehr coole Sehr coole Bild Idee Auf so einem alten Verrotteten Ver Lassenen Äh Sprungbrett Von irgendeiner Schwimmhalle Ähm Dann schön in so einem Badeanzug Und weiß ich nicht So vom Bildlook her Von der Farbgestaltung Gefällt mir das ganz cool Ähm Ich denke da wird sich Ähm Äh Ja Die Ähm Miss Morgan Nennt sie sich ja Ähm Wahrscheinlich auch sehr drüber gefreut haben Ist auch so ein klassisches Bild Wo ich sagen würde Würde ich mir aufhängen Ähm Wobei Wenn ich mir das Bild jetzt genauer betrachte Habe ich so ein bisschen den Eindruck Dass diese Schraube Die da in der Mitte ist Dass da der eigentliche Fokus drauf liegt So Aber gut Also fällt mir jetzt auch gerade erst auf Ist ja auch egal Wie gesagt Äh Das Bild gefällt mir Und ähm Ja Dementsprechend Achso Pixmedia Entschuldigung Ja natürlich Das Foto ist entstanden Ähm Der Fotografische Part wurde von Pixmedia gemacht Dementsprechend auch Bei Pixmedia auf jeden Fall auf die Seite schauen Und Ja Also echt klasse Bild Und sowieso Pixmedia macht sehr gute Bilder Und äh Miss Morgan Modelpage Sowieso auch sehr gute Bilder Dementsprechend auf jeden Fall vorbeischauen Lohnt sich definitiv Gut Kommen wir zum nächsten Bild Weil wir haben ja noch ein paar So Ein sehr cooles Bild wie ich finde Also Für meine Verhältnisse Ähm Ich sag mal so Ähm Das ist schon echt krass So Kopfschmuck Und Beauty Äh Beauty Makeup Sag ich jetzt mal Ähm Dann dieser Glitzer Effekt Der da ist Ähm Ja also Ein sehr Ein sehr cooles Bild Ich weiß nicht warum Also Warum das cool ist weiß ich also Oder schön Weil es sieht echt nice aus So Aber ich weiß nicht Warum Warum Also ich hab echt ja so durchgescrollt Und ich bin Boom Ich bin bei diesem Bild angehalten So Dann hab ich mir das in groß angeguckt Und hab gesagt So Das nimmst du auf jeden Fall mit rein Ähm Einfach weil es mal was ganz ganz anderes ist So von Von den Haaren her Von Dieser verträumte Effekt Und dann diese Diese Hörner Äh Hat irgendwo Ist so eine Mischung aus Herbst und Weihnachten und Winter Und ähm Weiß der Geier Ähm Gefällt mir Super nice Also ähm Dementsprechend auch Sehr sehr cooles Bild Ähm Das Model ist Victoria E Und ähm Den Fotografischen Part hat Isaris Isaris Photography übernommen Genau Und Wie gesagt Schaut auf jeden Fall Auf die Seiten vorbei Wie gesagt Ähm Weil Da lungern auch noch Ganz viele andere cool Bilder Ähm Ein sehr hübsches Model Ähm Würde ich Tatsächlich sogar auch gerne mal mitschulen Zwar nicht mit den Hörnchen auf Aber vielleicht irgendwie was anderes Ähm Aber doch Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut Dementsprechend Ähm Ja Also wenn Vor allen Dingen Wenn man jetzt mal sich das Bild So mal ein bisschen genauer anguckt Ähm Diese Federn Und diese Hörner Wie kommt man dazu Also Ich weiß es nicht Also Ich meine Klar Das ist natürlich kreativ ohne Ende Aber So von dem Ganzen her Gefällt mir das sehr gut Was ich allerdings ein bisschen Minimal Bemängelt Wäre Dass ich Hier Ich glaube das sind BH Träger Die hätte ich weggemacht Die hätte ich wahrscheinlich weggemacht Oder ich hätte da Haare drüber gestempelt Oder so Oder hätte das weiter rüber gezogen Oder irgendwie so Ähm Weil Weiß ich nicht Das wäre jetzt so das einzigste Was mich stören würde Weil das fällt nämlich auf So Weil der ganze Hintergrund ist schwarz Und dann ist mittendrin auf einmal auch was schwarzes So Dementsprechend Aber Das sind Kleinigkeiten So Wisst ihr Also Wie gesagt Ich habe gesagt Das Bild gefällt mir So Und das ist der erste Eindruck Und das ist das was zählt Ich meine Wenn man sich das Bild länger anguckt Dann könnte ich auch sagen Ja hier Irgendwie Da sind mir doch ein bisschen zu viele Punkte Aber das ist ja Blödsinn Weil Es zählt das Gesamtbild So Und das ist super Also dementsprechend Auf jeden Fall Respekt An Viktoria E Und Isaris Photography Macht auf jeden Fall weiter So Wie gesagt Also das sind jetzt so Kleinigkeiten Macht euch da keinen Kopf drum Ähm Ne Also Respekt Weiter so Auf jeden Fall Okay Kommen wir zum nächsten Bild Bild Nummer 7 Müsste es jetzt glaube ich sein Ja Ähm Fand ich auch War so ein richtig cooler Eyecatcher So mit den Federn Ähm Dann mit den Models Vom Outfit her So richtig so Ähm Abendlicher Dresscode Und hier haben wir jetzt sogar zwei Models Also Also einmal haben wir da Model Sintech 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 Oh Foltert mich nicht dafür Wenn ich das falsch ausspreche Und Beertrend Mbi Ich hoffe das ist auch richtig Ich habe keine Ahnung Äh aber wie gesagt Die ganzen Links und Namen Stehen auf jeden Fall in der In der In der Video Ach ja ja in der Videobeschreibung Und in den Kommentaren natürlich Äh ne Kommentaren nicht aber in der Videobeschreibung Und natürlich in der Beschreibung Vom Facebook Upload Ähm Genau Ähm Dresscode ist von Tollkirsche Plastik und Textilcourteur Und ähm das Foto wurde gemacht von Panic Fotos Also wir haben jetzt sogar hier 1,2,3,4 Leute sogar in einem Bild Nice Finde ich super geil Also wenn umso mehr Leute damit zusammenarbeiten ist das natürlich immer eine coole Sache Was mir an diesem Bild besonders gut gefällt ist das mit den Federn Äh Irgendwie hat das so ein Ähm Wie soll man sagen So vom Bildstil her Ähm Ja weiß ich nicht Ähm Man könnte auch denken Dass das so So auf irgendeine Art und Weise vielleicht ein Hochzeitsbild ist So Weil wegen Federn Äh hier Ähm Wie heißt es jetzt Äh Ähm Wie heißt es ja noch Friedenstrauben Genau Die man ja so raus lässt So raus Was Immer so Ne De Mein Freund Fliegt Und dann fliegen die weg Die Leute die die Hochzeit Ähm Die Hochzeit feiern Bezahlen Keine Ahnung wie viel Euro für diese Friedenstauben Die Äh Die Friedenstauben fliegen zurück zum Besitzer Werden wieder eingepackt Und wir kommen zunächst noch So ungefähr Nein Aber was ich damit sagen will Hat irgendwie so Könnte auch Wie gesagt ein Hochzeitsbild sein Sag ich jetzt mal Und zwar mit den Farben komplett vertauscht Also dass die Ähm Äh Dass das Model schwarz trägt Und ähm Also das weibliche Model Oder die Braut schwarz trägt Und der Bräutigam weiß trägt So Ähm Ja also finde ich sowieso Von der ganzen Gestaltung her Sehr sehr gut Durchdacht Ähm Auch dass der Ähm Beertrend MBI Äh Ist ja eher ein dunklerer Typ Sag ich jetzt mal Und äh Model Sintekwe Sintekwe Ach man ich weiß nicht wie man das ausspricht Keine Ahnung Ähm Ist ja vom Hauttyp eher hell Dafür hat die dunkle Klamotten an Und andersrum Hat der männliche Part Helle Klamotten an So Finde ich vom Kontrast her Sehr geil durchdacht Also ist eine super coole Sache Dementsprechend auf jeden Fall Respekt Sowohl an äh An den Fotografen Als auch hier den äh Dress von Tollkische Plastik und Textilkultur Und natürlich an die Models Super super nice Schaut auf jeden Fall auf deren Seiten vorbei Da gibt es so einiges zu entdecken Ich bin sehr begeistert davon Super Gut Kommen wir zum nächsten Bild Moment mal Eigentlich wollte ich das Bild zum Schluss nehmen Das ist ja wohl jetzt mal der Oberknaller Warte mal Ich muss mal gucken Ey tatsächlich Der hat das da eingereiht Hahaha Okay Äh Dann muss ich mal eben gucken Also ähm Das Bild wurde gemacht von ähm Kitzelblitze Ein sehr 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 Talentierter Super Krasser Fotograf Der Sehr viele Hammer Bilder macht Also Wie gesagt Eigentlich wollte ich mir das für den Schluss aufheben Aber okay Ähm Dementsprechend Auf jeden Fall zu Recht Mit in äh In diesem Review dabei Äh Hatte Das letzte Mal Oder die letzten Male Immer wieder versucht mitzumachen Aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt Da hat er mal einfach nur ein schwarzes Bild geschickt Oder irgendwas Fand ich natürlich sehr witzig Äh aber ähm ja Der Marc und ich Seiten vorbei Einen Top Fotografen Ein Bild wie ich finde Ähm wie ich finde was auch wieder mal sehr cool Äh Fashion sag ich jetzt mal Und Beauty so äh Äh repräsentiert Ähm Dementsprechend habe ich das mit reingenommen Also der fotografischen Part Hat Lichtzeichner Fotografie gemacht Und ähm Das Model ist Aljona Kochetkov Ich hoffe dass das richtig ausgesprochen ist Sehr sehr hübsches Model Ähm Gefällt mir sehr gut das Bild Ähm Als ich mir das Video Ähm Ach Als ich mir das Video Als ich mir die Bilder angeschaut habe Ist das auch so ein Bild gewesen Wo äh Was Wo ich gestoppt habe Was mich ein ganz kleines bisschen stört Ist ähm Dass da Hartz IV im Hintergrund steht Oder Steht da Hartz IV Ich glaube schon Nein Also ja okay Das ist tatsächlich so eine Sache Wo ich sagen würde Okay Vorsichtig Ne Also weiß ich nicht Äh lenkt ein bisschen zu viel ab Und ähm Diese Künstlichen Lens Flares Sag ich jetzt mal Also Die hätte ich ähm Die sind ja Die sind ja nicht verkehrt Kann man ja gerne machen Aber ich hätte die ähm Mit einem Weichzeichner Mit einem gau schnarrischen Äh Gau schnarrischen Gau schnarrischen Ja Weichzeichner Hätte ich die weicher gemacht Also weicher Und etwas transparenter Ähm Wie ging das nochmal Achso Äh Erstmal Also mein Tipp Jetzt machen wir so ein kleines Tutorial hier Ähm Wie man das machen könnte Ähm Als erstes Würde ich Ähm So wie du das jetzt gemacht hast Mit dem Ähm Mit dem Lens Flares Würde ich das genauso nochmal machen So Damit du weißt Wo du den Lens Flares ansetzen musst Dann Machst du Ähm Löscht du den Lens Flares wieder Dann Machst du eine neue Ebene Mit ähm Mit 50% Grau Dann Machst du wieder Auf eine Auf dieser leeren Ebene Die du da erstellt hast Mit 50% Grau Gehst du hin Und ähm Machst dann äh Hier Wieder den Lens Flares rein Dann hast du den Lens Flares Nämlich nur auf dieser leeren Ebene Und dann Machst du Weichzeichner Gauschnerischer Weichzeichner Machst das weicher Bisschen transparenter Bäm So Mach Probier das mal aus Und wenn du sagst Okay geil Das funktioniert Sag mir Bescheid Aber ich weiß Das Ich hab das früher auch gemacht Als ich nur diese Lens Flares Von Photoshop benutzt hab Jetzt mittlerweile Hab ich ja Hör mir auf Wie viele Dinger ich davon hab Ähm Ja aber wie gesagt Das ist auf jeden Fall Eine sehr coole Sache Probier das mal aus Und dann kannst du auch Vielleicht den ein oder anderen Lens Flares Weg retuschieren Sag ich jetzt mal Äh Weil manchmal ist weniger auch mehr Ich mein Das Licht kommt ja schon stark Von links geprägt Oben So ne Gut Alter Schwede 21 Minuten 30 Okay Weiter geht's Wir kommen zum nächsten Bild So Fräulein Wunderlich Ähm Das ja Das Model ist Fräulein Wunderlich Und äh Den fotografischen Part hat Flowing Creation gemacht Und ähm Ähm Ein sehr schönes Bild Wie ich finde Ein sehr sehr schönes Ähm Porträt Bild Also äh Wirklich äh Close up Vom Gesicht Ähm Was mich äh Sag ich jetzt mal so Ähm Angesprochen hat war Das waren die Augen Eigentlich viel mehr Also die Augen Haben mich angesprochen Ähm Weil die echt schön Knackgescharf sind Und ähm Ja Weiß ich nicht So aus dem Schatten heraus Guckt so dieser Nasenring Ähm War schon sehr interessant Das war auch so der Grund Warum ich mir das Ganze halt Ähm Ja Äh Ausgesucht habe Dementsprechend Auf jeden Fall zurecht mit Äh In diesem Review Äh Fräulein Wunderlich Wie gesagt Und Flowing Creation Super super Cooles Bild Ähm Wäre auch so ein typisches Porträt Bild Oder sag ich jetzt mal Ein Bild wo ich mir sagen würde Okay das würde ich mir sogar aufhängen Ähm Weil Gefällt mir Also Was gibt es schöneres Als die Augen von einem Menschen Sag ich jetzt mal so Und wenn man sich jetzt mal echt überlegt Und ich meine Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen Crazy oder so Wenn ich das jetzt so sage Aber Ähm Viele sagen so Ja Wonach entscheidest du eigentlich so Was du für eine Freundin willst Oder für einen Freund Oder weiß der Geier Was sag ich jetzt mal So Und ich Bin immer der Meinung Es ist egal Ähm Was die Haarfarbe hat Oder was die für eine Figur hat Oder Ja gut Also klar Man sollte schon definieren können Sag ich jetzt mal so Ich hab meinen persönlichen Geschmack So Aber ist ja auch egal So Aber ich Das einzigste Oder das Hauptmerkmal Was bei mir immer entscheidend ist Sind die Augen Warum Egal wie alt Egal wie alt diese Person ist Und das wird bei Frau Wunderlich Äh Fräulein Wunderlich Auch so sein Egal wie alt die ist Sie wird immer Diese schönen Augen haben So Alles andere verändert sich Alles Aber die Augen nicht Ich meine Erinnert ihr euch noch An den Film Titanic Wo die Äh wo die Frau Die das alles erzählt Die hat doch Hammer Augen Für ihr Alter So Und ja Die wird auch als junge Frau Hammer Augen gehabt haben So Na Bessille nachdenken Mach Nein aber es ist wirklich so Also das ist immer Deswegen legen ja auch Alle so viel Wert darauf Dass die Augen immer schön Knacke scharf sind So Ne Weil das ist so Das Hauptmerkmal eines Menschen Was einen Ja Ausmacht Sag ich jetzt mal So alles andere Kann man verändern Wenn man will Wenn man viel Geld hat Keine Ahnung Holt man sich Silikon Holt man sich Botox Macht lässt man sich was absaugen Keine Ahnung Rennt jeden Tag ins Fitnessstudio Ist ja auch okay Aber im Alter gibt es das Nicht mehr Aber die Augen Die wird es immer geben So ne Es sei denn Ja es gibt Einen Unfall Oder was Ja gut Aber das Es soll ja nicht Der Normalfall sein Heute bin ich wieder Echt am quatschen hier Aber das liegt auch daran Weil ich traurigerweise Sagen muss Ne das machen wir eigentlich Obwohl wir sind ja eigentlich Schon am Ende Oder Nein Wir sind ja noch gar nicht Am Ende Hallo So Entschuldigung Ich hab da noch niemanden vergessen Okay Also wir haben hier Anis Modelpage Ist das Model Und Makeup Und Foto Beziehungsweise Styling Foto Hat Katharina K. Fotografie gemacht Dementsprechend gefällt mir Sehr 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 schön Eine sehr sehr schöne Pose Sie relaxt da in der Sonne Sie genießt das Wetter Sie genießt das Wasser Sie genießt es fotografiert zu werden Das macht ein Model aus So Und das ist auch so die Sache Wo ich sage Das wäre ein Model Zum Beispiel Wo ich sagen würde Mit der würde ich ein Payshooting machen Warum Weil das Model Macht ihre Arbeit Und nicht das Was ich ihr vorgebe Sag ich jetzt mal Ich meine klar Ich bin Fotograf Und ich trage sie dazu bei Aber das Model Macht ihren Job Und wenn die ihren Job macht Kann sie auch dafür Geld Kassieren Sag ich jetzt mal Ne Jo Und dementsprechend Auf jeden Fall zurecht mit In diesem Review Und ja Das war auch das letzte Bild Auf jeden Fall Wie gesagt Schaut auf jeden Fall Auf der Seite vorbei Anis Model Page Und Katharina K. Fotografie Super gute Arbeiten Machen die beiden Und dementsprechend Schaut vorbei Lasst auf jeden Fall Like da Kommentiert die Bilder Und so weiter und so fort Genau wie bei allen anderen Die ich hier genannt habe Wie gesagt Alle Seiten Und Namen Sind auf jeden Fall In der Videobeschreibung Sowohl bei Facebook Als auch bei YouTube Hinterlegt Schaut auf jeden Fall vorbei Macht ihr auf jeden Fall Nichts verkehrt Genau So Jetzt sind wir Am offiziellen Ende Von diesem Review Und jetzt erzähle ich euch Noch ein kleines bisschen was Solange ihr noch Zeit habt Machen wir mal Gehen wir mal eben wieder zurück Okay Wir können ja auch noch mal Einmal ganz kurz durchgehen Oder Ja komm Was soll der Geiz Wir haben jetzt Wir machen sowieso Die 30 Minuten vor Also Lisa Marie Ähm Und Marjoli Fotografie Pepper Van Highest Dann haben wir hier Lindagrafie Und Herr von Wallenstein Model 4 Severin Pomsl Fotografie Und Robstar Beauty Art Dann unsere Miss Morgan Model Page Und Pixmedia Ähm Dann hatten wir glaube ich Ähm Achja genau Victoria E Und Isaris Äh Photography Dann äh Model Sintecque Und Beertrand MBI Dresscode von Also Jetzt kommen wir zum Letzten Part Von diesem Video Und zwar Ähm Es gibt jetzt zwar Keine richtige Hausaufgabe Für euch Obwohl ich das ja am Anfang Des Videos gesagt habe Also Ja doch Also es gibt wieder eine Hausaufgabe Aber Ähm Ihr könnt euch jetzt Viel mehr Zeit lassen Das heißt Ihr könnt Äh Jetzt Am kommenden Dienstag Geht ja die nächste Also die elfte Zeigt mir Äh Zeigt mir ein Bild Aus deinem letzten Shooting Aktion online Und Die Einsendung Könnt ihr Eine komplette Woche machen Eine komplette Woche Warum? Weil Äh Ich nämlich Ähm Ja Weil ich Ähm Im Moment Sehr viele Sachen zu organisieren habe Weil Jetzt geht es Ähm In zwei Wochen geht es nämlich zum Model Bootcamp In die Türkei Und Äh Dementsprechend Werde ich da An dem Tag Auf jeden Fall Kein Video hochladen können Das heißt Ich möchte Bei der nächsten Aktion Möchte ich nochmal Zehn Bilder hochladen Dementsprechend Gebe ich euch jetzt Eine komplette Woche Zeit Und In dieser kompletten Woche Könnt ihr Alles hochladen Alles hochladen Denkt aber bitte daran Model Äh Models benennen Wenn da welche Äh Klar sind da Models Oder sollten eigentlich Models Fotograf Fotografin Und Makeup Artist Auf jeden Fall mitbenennen Und wie gesagt Ihr habt eine komplette Woche Zeit Ab Dienstag Wenn die Aktion online geht Die Bilder hochzuladen Los geht es wieder ab 9.20 Uhr Und ähm Wie gesagt Ihr könnt Aus allen Themenbereichen Was schicken Beauty Lifestyle Portrait Ähm Akt Äh Keine Ahnung Sonnenuntergangs Shootings Äh Schwimmbad Shootings Weiß der geil was Alles Ihr könnt alles machen Hauptsache Es ist aus eurem Letzten Shooting So Und ähm Ja also Das macht auf jeden Fall Und ähm Wie gesagt Wir sehen uns dann Auf jeden Fall Im nächsten Video Ich wünsche euch noch viel Spaß Einen schönen Sonntag Euer Cem Ich wünsche euch noch viel Spaß